Und herzlich willkommen hier zurück bei PokéMMO mit dem Asking Alex LP und mir Lord Toad LP Hallo Ja, genau So, wir sind hier noch mitten im Kampf drinne Also jedenfalls ich, ich bin in den Wald gegangen wieder Okay, dann komm ich mal So viel mal schön leveln, dass der liebe Lord Toad LP auch mal seinen ersten Ohrn kriegt Ja gut, jetzt ist das Jetzt habe ich drei Pokémon Ja, das ist auch besser so Dankeschön Kein Problem, sowas kann ich gerne sagen Dieser Lord Toad LP ist ja immer so nett Ja Er berührt mich Zutiefst Achso, ich wollte schon sagen, danke, dass du noch zutiefst dazu gesagt hast Sonst wäre es jetzt irgendwie komisch gekommen Er berührt mich Ja, glaube ich auch Zutiefst Okay, Überleitung Überleitung So, Level 6 gegen Level 6 ist etwas langweilig, weil da nicht so alt so viel passiert Level 100 gegen Level 50 ist ja viel cooler, One-Hit, yay So, den haben wir Oh, 60 Erfahrungspunkte Aha, aha Oh, was? What? Oh Na du, ja, der entwolft sich gerade Hä? Ja, ich bin gerade jetzt Ich upgrade oder wie es auch immer heißt So, ich bin jetzt diese hässliche Raupe Ich möchte wieder mein altes Ding zurück, das sah viel freundlicher aus Der sieht aus wie so ein hässlicher, grüner Halbmond Äh, sch- Oh, ich muss kämpfen Ich finde das voll doof, dass ich immer die Maus benutzen muss Ah, das ist voll gemein jetzt Warum? Jetzt kämpft mein Upgrade gegen das, äh, alte Ding Ist doch egal Nein Nein, das ist voll fies von dem Oh Ist es nicht Oh Aber härten ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist, äh, am besten immer Tackle Ja Stringshot ist mir zu langweilig von der Animation, deswegen nehme ich auch immer Tackle Boah, das gibt's doch nicht, ey Doch, bei Roller Ja, das Vieh macht mich voll kaputt, alter Ich mach dich gleich mal kaputt, ey Oh fuck Ah, ich bin Level 7, also mein, mein Ding da ist mit Level 7 geupgradet Oh, komm, schnapp sie dir Ah, ich vergesse mal, dass man hier mit Pfeiltasten laufen muss, das ist ein bisschen doof Willst du auch mal mit der Maus laufen? Noch schlimmer Okay, dann wieder Oh, fuck Dieses, verdammte Wheatly ist viel zu stark Ja komm, weil jetzt endlich leider 6 Warum denn, äh, hä? Ah, okay Du, 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 du Jetzt soll ich schon wieder heilen gehen, ey, das ist voll doof Ich muss gleich auch nochmal Obwohl, eigentlich nicht Vielleicht schon Aber Bam, 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 mein Gott, wie das so komisch leckt, wenn man rennt Ja, das ist halt die Rentenanimation, die ist Toll Willkommen zu unserem Pokémon Center Hallo Würdest du mich, um deine Pokémon zu heilen, um deine perfekte Gesundheit zu heilen? Ich heil dich gleich, Hilde Ich heil dich auch gleich, ey Meine Herren So eine Hilde Mein Schwede, Alter Mein Schwede? Ja, man sagt ja, alter Schwede und ich sage jetzt, Alter, mein Schwede Ja, man hat's gemerkt Mein Schwede, ist hart schwer hier So Dünn, dünn, dünn Jetzt kommen jetzt ein leichtes Pokémon Oh Mann Na, Level 4, es geht noch So, 51 XP, bin aber kein Level aufgestellt Ah, und schon wieder die W-Tasten gedrückt Wieso sind die so stark die jetzlichen Viecher? Und schon wieder vermutlich gewinnen Tailswip Äh, Whip Steu's Tailwip Willst du auch mal mit deinem Tailwippen? Ne, danke, hab schon Also, ich weiß ja nicht, äh, auf was für Level sind deine Pokémons jetzt? Äh, sieben Drei Zehn Und Vier Okay Äh, 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 äh Sieben ist dein Sieben ist dieses Raupending da, dieses Metropod Männlich Vermutlich Weiß man noch nicht so ganz Ähm, ja, aber da, also, letztes Mal war mal ja mein, mein Pokémon, was ich am Anfang ausgewählt hab, auch schon Level 13 Und da hat den ja super platt gemacht, also da konnte ich ja fast gar nix gegen den machen Jetzt hab ich nur noch Pikachu Weiß nicht, was der so kann Äh, ich glaub gegen Stein, oder Stein war's doch, oder? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht aufgepasst Doch, das war Stein Ich glaub, das, äh, ist nicht so gut dagegen Da brauchst du irgendwie so Wasser, oder, keine Ahnung, Pflanzen Aber Wasser gegen Stein hört sich auch falsch an Ist aber so Hm, okay Also, aber dieses Raupending ist ja Pflanze, geh ich mal von aus, ne? Ijo Dann dürfte das ja helfen Ah Ne? Sag ja Jo Sag ja, sag ja, sag ja, gut, hast du ja gesagt Ja, wenn ich gut bin, krieg ich den jetzt noch ein Level höher Nein! Doch, doch, das ist nämlich, das wär nämlich super Weil dann bin ich nämlich Level 9 Mann, mein Raub ist schon wieder kaputt gegangen, ne? Bist du schlecht? Gegen Level 2 Aber ich hab noch nie Pokémon gespielt Und bin besser als wie du Als wie du Ja, aber ich hab einen ersten Ohr und du nicht Ja, weil du das richtige Pokémon ausgesucht hast Tja Sag ich schon wieder heil gehen, ey, das Ja, ich komm ja schon mit, ich komm ja schon mit Tausend Wolken nur heilen kämpfen, heilen kämpfen, heilen kämpfen Ja, gut, das ist Pokémon, ne? Was will man erwarten? Wenigstens können wir es zusammenspielen, dann ist es nicht so langweilig Auch wenn's keinen großen Unterschied macht Ja, stimmt Aber man kann sich wenigstens unterhalten Und sich gegenseitig sehen Das ist ein riesen Vorteil Das ist schlimm Gegenüber dem alleine spielen Und wenn jetzt irgendeiner fragt nach Facecam oder so den, den, den Mach mal mal eine Facecam Hä? Machen wir mal eine Facecam Irgendwann mal Faceform So Mein, 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 mein Oh, Level 3, ey, voll cool Ja, das Problem bei, bei, äh, Together Facecam ist natürlich immer, dass wir uns dann gegenseitig das Bild zu schicken müssen und man, also ich möchte eigentlich ihn gar nicht sehen, das kann sich keiner antun Ne, müssen wir eigentlich nicht Ja, das kann auch jeder nur sein Bild rein machen, aber da muss man sich ja auch wieder dekorieren und schminken und so, ne? Dekorieren mit einer schönen, originalgetreuen Ashcap? Genau Wofür dann jetzt werde ich sterben Warum stirbst du denn immer? Ich sagte, ich werde, es muss nicht sein Ja, aber warum tust du sowas, das darfst du nicht Weil mein Raupi voll schwach ist, obwohl es Level 6 ist und die anderen Ja, deine Raupi ist echt voll schwach, ey, das ist unglaublich Aber, oh, Krittl, 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 krittl Achso, hast du eine Klingel? Ja, ich bin hier ein Stockwerk drüber Lustig, ich habe auch eine Klingel Stuhl, bleib stehen Ich habe aber bei meiner Mutter noch gerade gesagt, dass ich aufnehme, das ist immer das Schöne Hätte ich auch machen sollen, aber ich bin den ganzen Tag schon am Aufnehmen, das ist so schlimm Ja, eigentlich ist man am Wochenende immer nur am Aufnehmen, das ist sowieso so Ja, eigentlich nicht, ich, äh Ja, jetzt rede ich nicht raus Ja, okay Das Blöde ist, es ist gerade Sonntag Ah, nein, jetzt muss ich noch mal kämpfen Es ist gerade Sonntag, 19 Uhr 34 und morgen ist Wiener Schule Ne, wir haben jetzt vier Tage Projektwoche Wow Donnerstag haben wir frei und Freitag schreiben wir sechs Stunden Deutsch Also es wird eine sehr gechillte Woche Mir ist auch aufgefallen, dass über nächstes Wochenende Donnerstag und bei mir auch Freitag frei ist, weil da alle Heiligen oder was auch immer ist So, Feiertag Nein, Tod Ich muss auch heilen gehen, Mensch Also du stirbst aber echt oft Ja, das ist dieses komische Raubi da Warum wechselst du denn nicht kurz vorher dein Pokémon? Ja, weil ich nie denke, dass der Gegner so viel Schaden macht, aber irgendwie macht der voll viel Schaden Ah Egal, ich bin gleich Level 7 Hm Was habe ich als Sandattack gemacht? So, das ist jetzt sozusagen Und wieso sieht man die Attacken nicht? Zwei Folgen Spannung pur mit hin und her rennen und leveln Übelst Äh, so, was bin ich denn hier? Level 8 bin ich Fight And fight Äh, ab wann, ab wann, äh, upgrade ich dann nochmal? Das Raubi ab Level 11 Bist du sicher, wenn ich vorhin ab Level 7 geupgradet habe? Äh, ja, das, äh, upgrade ist relativ schnell Aber ich möchte jetzt nicht bis Level 11 eigentlich hier rumrennen Das ist halt dann sau Sau langweilig Ich hab dir angeboten, dass wir kurz Pokémon tauschen und dann Ja, das ist doch aber auch noch, noch langweiliger dann Nö Wenn ich jetzt hier mal schwerere Gegner und nicht so einfache kriegen würde, dann wäre die ganze Sache dann auch angenehmer Ne, eigentlich nicht, weil du dann genauso wie ich dauernd verreckst Ja, aber dann krieg ich wenigstens Erfahrungspunkte und nicht nur zwei Stück, die mir nichts bringen Oder zehn Weirdly Level 5 Oh, 15, yay Mein Gott, Handy, erschreck mich nicht so Das war jetzt ein Schluck auf, plus Handy Geräusch, plus Erschrecken Ich drück jetzt gleichzeitig mal auf Tackle und auf Entloggen Und jetzt gleich nochmal Und dann, äh, komm essen Nein, Mama Bin am Aufnehmen dran am Tun Bin Am Auf Auf Ne Men So Jetzt darf das mal senden Mal Ton ausmachen So Hab ich Ton aus? Ich weiß es gar nicht, ich glaub schon So, jetzt sag ich mal wieder Tackle machen Schön ist, bei Pokémon kann man sogar noch mit dem Handy rumspielen, weil Äh, man, das fast gar nicht auffällt, man hat hier immer so zehn Stunden Zeit zwischen den Animationen Stimmt, du kannst sogar, äh, an anderen Sachen rumspielen Zum Beispiel an einem Apfel Oder, äh, ja, ich spiel öfter an Äpfeln rum, du hast vollkommen recht Oh nein, Alter Ih, nossa Hat sein, ja, ich bin ein Wunderschönen Ich bin ein Jedock Ein Wunderschöner Das sind Dass sie sich auch mit dem Dün, 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 dün. Was haben wir denn? Ach, schon wieder nur Level 3. Ja, gleich, wenn ich Glück habe, bin ich dann nochmal Level 9, unglaublicherweise mit dem Ding. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ey, ich bin tot. Naja, gut, nehm ich mich. Hast du mir jetzt heute über WhatsApp echt geschrieben, dass ich essen kommen soll? Nein! Ich, was, bitte, ich bitte dich. Oh mein Gott, dieser Stefan-Lort-Tot-LP, ey. Was denn? Ist was passiert? Nö. Ja, dann ist er gut. Would you like to heal? Ah, ich muss kämpfen, immer kämpfen, nur immer kämpfen hier in diesem Spiel. Die ganze Zeit nur kämpfen, ist unglaublich. Ich will nix kämpfen, nix kämpfen, ich will gern hier zu heilen, nix kämpfen. So, und ich bin jetzt fast Level. Wow, der war aber gemeint von dir. Also, äh. Ui, juhu. Ich werde jetzt einfach gleich mal versuchen, mit Level 8 gegen den Typen da zu kämpfen, bei dem Orden-Typen. Ja, mach mal. Äh, dann werden wir ja sehen. Also, ich vermute mal, jeder sich... Ach, jetzt ist Pikachu auch noch dort. Äh, wenn du dann verlierst, dann, äh, geb ich dir einfach schnell meinen, dieser Samen. Ja, gib dir deinen Samen. Ja, mit dem könntest du's One-Hit schaffen. Ja, aber One-Hit ist ja auch langweilig, ne? Na, unterwegs hast du einen Orden. Ja, wenn, wenn man denn hier Pokémon's tausen kann. Tausen! Ja, natürlich kann man Pokémon's tausen. Das ist aber schön. Ja, das ist voll schön, ne? So wie ich. Jetzt komm, use my tackle jetzt, ey, what the fuck. Use my tackle, what the fuck. Äh, nein, jetzt bin ich drei Dinger gelaufen, muss schon wieder kämpfen. So, drei Dinger ist er gelaufen und ich geh jetzt mal zum Orden, hab leider aber keine Ahnung, wo dieser Orden-Dings ist. Ich kann's dir gar nicht zeigen, wenn ich mit diesem Taubstil bedreifte. Aber das ist in diesem braunen Haus, ne? Ist das richtig? Nee, das Bunte. Dieses, wo D-Y-M draufsteht oder Ö-Y-M oder was auch immer. Ja, das ist der Orden, mhm. Was, wo, wie? Ja, ja, passt schon. So you're here, I'm Brock, I'm BFEFLEADER. My rockhard willpower is evented even in my Pokémon. My Pokémon, I'm all rockhard and have true victory. Ja, leck mich, habe ich letzte Mal schon gelesen. Ich, äh, leiste dir, ähm, geistige Unterstützung. Hm, sehr nett. Ja, laber nicht so viel, ich will kämpfen, nur Sack. Du ist gewinnen. Ja, ja. Du bist gewinnen. Mach mich nicht, Level! So. Ja, ist richtig. Oh, Level 12 gegen Level 8. Weiß nicht, was soll ich nehmen? Tackle? Ich nehm Tackle, komm. Nicht gegen Stein. Oh, sag mir das vielleicht noch ne Minute früher. Der macht euch bestimmt wieder einen Schlag tot. Oh, ne, der hat gar nichts gemacht bei mir. Was soll ich denn nehmen? Harden, Harden, Stringshot. Bei dem ist die einzige Attacke Tackle. Alles andere macht keinen Schaden. Ja, gut. Ne, ich zieh den, ja, solange der mir jetzt auch wirklich, okay, er zieht mir mächtig Leben ein. Also ich werd den so nicht besiegen können. Ne. Also ich geb dir mein Pokémon. Ja, warte, ich mach mal hier noch irgendwie, ich versuch mal was aus und dann nehm ich gleich mal so aus Spaß Pikachu, kann ja eh nichts schief gehen. Und dann machst du One Hit, One Hit, One Hit und alles gewonnen. Genau. Pikachu kann alles. Und ob wir das schaffen werden, beziehungsweise ich seh dir dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.